Herzlich Willkommen. Wir sind heute am Heiterwanger See. Kleine gemütliche Sonntagsrunde. Der Heiterwanger See bei Reuthe am Fernpass. Fährt man normal immer vorbei. Der Schwesternsee zum Plansee. Heute machen wir mal die kleine Tour. Schlechtwetter geeignet. Sechs Kilometer die Runde um den See. Schauen wir uns mal an. Gleich mal ein Pro-Tipp zum Anfang. Was machst du da? Professional-Tipp. Der Parkplatz 500 Meter vorm See kostet nichts und der am See kostet sechs Euro. Und, nachdem wir gute Schwaben sind, ist klar, ne? See ist der volle Geheimtipp bei den Instagirls. Die habe ich vorhin schon auf dem Parkplatz gesehen. Die hat sich da umgezogen und stand da mit ihrem Slip. Also, dass ich die jetzt am Slip erkannt hätte. Aber offensichtlich ist gut hingekommen. Ich steige aus dem Auto und dann strahlt mir die so hin dann entgegen. Ja, also nur so nebenbei. Also, ich sehe es auch schön. Da oben sieht man schön, wie die Wolken aus dem Wald aufsteigen. Heute Morgen hat es geregnet, ziemlich stark hier. Und dann sieht man danach überall die Berge, wie sie das Dampfen anfangen. Und jetzt alle paar hundert Meter so Kieseintragungen, letztendlich als Erosion von dem Berg kommt. Julia zweifelt, dass Kies eine Erosion vom Berg ist. Nein, ich zweifle das Fremdwörter. Erosion? Also, Erosion hin oder her. Da kommt immer ein Haufen Kies vom Berg. Und der Kies rutscht in den See. Und es ist viel Kies. Das wollte ich ja nicht ausdrücken. Also, was diesen Rundweg hier wesentlich entspannter macht als den Rundweg um den Plansee ist, hier gibt es keine Uferstraße mit knatternden Mopeds, die hier die Umwelt akustisch verseuchen. Hier ist still. Man hört quasi sein eigenes Laufgeräusch. Die Mountainbiker zum Glück auch recht frühzeitig, wenn sie von hinten lang geschossen kommen durch den Kies. Aber sonst ist es wirklich ruhig wie Urlaub. Da hat es überall so kleine Privatbuchten. Boah, da kann man natürlich hier voll romantisch im Sommer hier abends mit der Herzallerliebsten Fläschchen Rotwein. Und sogar mit offiziellen Feuerstellen hier. Und sowas hier eigentlich immer und überall verboten ist. Hier gibt es sogar eine Linienschifffahrt. Dann rüber zum Plansee. Das ist übrigens Österreichs höchstgelegene Linienschifffahrt. Also auch höchstgelegen im Sinne von Höhenmetern. Ja, es ist halt ein bisschen überschaubar hier der See mit dem Bötchen. Ich glaube, das geht recht schnell. Ich habe ja vorhin gesagt, Schlechtwetter-Tour. Ich glaube, das wird noch unsere Schlechtwetter-Tour heute. Kann ich gleich mal eine Regenjacke raus holen? Nein. Erst wenn es regnet. Regenjacke ziehen Regen an. Ja, das gibt es ja schon. Das gibt es schon viel zu viel bei vielen YouTubern. Die können ja nur einfach die Sprache. Okay, lassen wir das. Der zweite Wegabschnitt. Das ist der Rückweg auf der anderen Seite. Ist im Wald. Sehr schön für sehr sonnige Tage. Und wenn es regnet. Passt für uns. Trotzdem ein Blick auf den See. Oho, Schirm. Das ist ja passend zur Jacke. Ja, ist das nicht. Jo. Weiter geht's. Ich muss sagen, diese Seeseite hier. Dieser Steig. Direkt am Wasser. Sehr, sehr schön. Und überraschend wenig los. Ich muss sagen, es ist fast sogar ein bisschen schöner als der Weg am Plansee drüben. der zum Teil auch ein bisschen weiter weg vom Wasser ist. Also hier ist irgendwie entspannter. Laufen und schön. Es wird schon wieder hell. Besonders schön in den Bergen, wenn es das Regnen aufhört. Das gibt immer eine tolle Stimmung. Und ich glaube es. Wird schon, wird schon. So. Eine wirklich schöne Runde. Ein Rucki-Zucki immer um den See. Ein bisschen länger als eine Stunde. Gibt sogar noch ein bisschen Allgäu-Romantik. Das Piercing ist nicht besonders schön, aber Geschmackssache sind die berühmten Allgäuer Gebüschkühe. Habe ich was von Schlechtwetter-Tour gesagt? Ja, passt. Schlechtwetter-Tour. Also von der Schlechtwetter-Tour ist die echt schön die Tour, aber das Wetter ist halt schlecht. Ja, hier nochmal ganz kurze Zusammenfassung. Schöne Runde. Geht schnell. Sechs Kilometer. Schöner See. Gut. Zu empfehlen. So. Wenigstens noch ein kleines Abenteuer erlebt heute. Mal schön nass geworden, aber schön war es. Schöne Tour. Auf geht's in die Heimat. Das gibt's zehnmal sechs mit Ihnen mein Vielen Dank. Dist Intelligenz noch eine Minute Minute, schein Euro Devi Equalinski. Desgülteste immer. Ja, mir recht richtig vibes. Wir Jasen. Na noch 13-jährigen whiten Sie das Kind das Such Gedet Körnerin? Ich bin noch Ihre Zeit seit € 0 ver overcome. Untertitelung des ZDF, 2020